Der Begriff Talaron beschreibt eine Gruppe von Jugendlichen mit bestimmten Eigenschaften. Man meint damit meist junge Männer, Walter, zwischen 10 und 25, die in der Öffentlichkeit rumhängen, schreibt Niger dazu. Wir wissen natürlich, es handelt sich in erster Linie um sich asozial aufführende, sich asozial verhaltene Migranten. Die sind ja nicht erwünscht. Sie selbst verhalten sich, Frauen feindlich, Frauen verachten, sie nennen sich selbst Talons, aber das Problem ist, dass Rechte es für sich vereinnahmen könnten und deswegen warnen Kritikerinnen und Kritiker davor, diesen Begriff überhaupt zu verwenden. Die sind ja nicht erwünscht. Wir sind in der Vergangenheit immer mehr solcher Videos aufgetaucht, wo junge Migranten sich zum einen selbst höchst asozial in der Öffentlichkeit verhalten. Wer diese Videos, diese Beiträge von diesen jungen Migranten, von diesen jungen Männern sieht, und nicht als erstes den Begriff der Immigration im Kopf, weil ich glaube, mit dem läuft, gehöre ich etwas falsch. Die sind ja nicht erwünscht. Die sind ja nicht erwünscht.